Ich arbeite jetzt seit ungefähr einem Jahr bei der Schüllerpflege und fühle mich ganz wohl. Betriebsklima ist sehr gut, es sind alle nett. Hier gefällt mir, dass eine lockere Atmosphäre herrscht, dass alle freundlich miteinander sind und dass man auch gut über Probleme sprechen kann und hat immer jemand ein offenes Ohr. Also ich fahre hauptsächlich zu den Leuten nach Hause und betreue die dort und dann auch tageweise im Büro, wo ich dann noch so diese Zusatzausbildung zur Pflegedienstleitung mache. Also ich habe schon im Krankenhaus auf verschiedenen Stationen gearbeitet und auch in verschiedenen Arztpraxen und auch schon in der ambulanten Pflege. Ja, aber hier ist für mich so am flexibelsten und am entspanntesten, wenn man das sagen darf. Für jemanden, der bei einem anderen Pflegedienst unzufrieden ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich zu bewerben. Ich arbeite gerne hier, weil es gut zu mir passt, zu meinem Alltag, zu meinem Leben.